So, das ist gut, wo die Dame sein Bildaget ist. Er hat geschrieben. Bei diesem Kundenkirchen hat er einen Kanalbesperrer da untergezogen, in den Kommentar, dass sie deutsche Übersetzung nutzen. Aber da kaut man gut ans Gesicht und ich krieg den nicht ganz raus. Ich krieg immer noch Nirvana und Sambara durcheinander. Wahrscheinlich soll man noch mehr loslassen, damit man noch unstärkiger wird. Vielleicht wollte er uns nur motivieren. Aber so, mit diesen Dings wird man wohl eher magisches Werkzeug als die Erleuchtung. Aber man merkt schon, dass sich das eine indische Lern anlehnt. Zufällig habe ich auf dem Film vorhin, da habe ich das kausale Inferno beklagt. Mit den kleinen und den großen Plätzen haben wir so ungefähr dasselbe. Anders gesagt, eher so aus der investatorischen Sicht als aus der kathedralischen Sicht. Danke.